So, das Video hier geht an alle meine muslimischen Geschwister da draußen. Es ist wirklich nicht mehr so lange hin, bis wir den Fastmonat Ramadan erreichen, inshallah. So ungefähr 30, 40 Tage. Und ich habe in einem Buch mal gelesen, dass man auch so ungefähr 30, 40 Tage lang braucht, um eine Routine zu festigen. Das heißt, diejenigen, die gerade noch mit dem Gebet strugglen oder überhaupt nicht beten, ihr habt jetzt die perfekte Möglichkeit, euch das sozusagen anzutrainieren, damit ihr dann, inshallah, wenn Ramadan dann anfängt, ihr diese Routine fest neu am Tagesablauf habt und das Gebet dann einfach sozusagen abrufen könnt. Schreibt ihr, was ich meine? Deswegen behaltet diese Info einfach im Hinterkopf und lasst uns jetzt schon mal auf diesen Monat uns bestens vorbereiten, damit wir wirklich, inshallah, das Beste, das Beste aller, also wirklich das Allerbeste aus diesem Monat rausholen können. Und ja, dass es inshallah unser bestes Ramadan wird. Möge Allah uns den Monat Ramadan erreichen lassen. Und dass wir inshallah alle gesund bleiben und sehr, sehr viele Bäder machen können.